Ja, du musstest da mitmachen. Ich kann aber nicht aus dem Hinblick legen, wenn man nicht alles. Bei mir ist diese I-I-la-ala-a-la. Ja, warte, dann kann ich dich da jetzt einladen und Black Cat doch auch. Du hast mich doch schon eingeladen. Na, dann kann doch mal mit rein. Ich bin doch nicht der Hintergrund. Ach so. X, S, U, M, U. Ist jetzt so. die gegründete Töten und mit der Anlieferung er hat dann dann bin ich achte die schnell mehr Krippe auf der Karte angezeigt alle Dornen aber die werden immer größer erlte so Werner die geschieht das sogar auf der Karte ja wo denn ihr seid auf der Karte okay ja das Blaue das ist hier vier Leute ach so da sieht man das ok ich weiß ja wo ihr seid ja die sind alle viel zu groß ich hab dich gesehen jetzt mehr mal helfen können du solltest dennoch fressen sag mal ich arbeite hier nicht mit profis gar nicht dafür dass du dir ins maul fliegst ich hab gar keine füße zu laufen hey sag mal warum frisst du mich ich verdufte auch gerade schön von xerxes sonst bin ich nämlich das verwandert war lena was lena auch das ist ein fressalien fressalien jede menge was sie kommt du helfen wir helfen wir helfen wir helfen wir helfen wir was sie so kann ich nicht größer werden ich bin Prozent 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 Nählstern Teil und so kannst du spüren Nähl Kumpel Nählstich wurde Kassel Nählstich 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 ihr seid gut ihr seid gemein Ihr versteht einfach nicht, dass wir im Team sind. Black Cat, ich glaube, wenn du gefressen worden bist, dann kannst du einfach wieder... Ja, dann kannst du einfach wieder connecten. Black Cat. Ja. Wenn ich größer bin, dann ich dich auch. Cat, bist du noch da? Cat. Ich bin da, ja. Du kannst eigentlich einfach wieder neu connecten. Ich bin aber nicht im Spiel, bei mir hängt alles. Jawohl, Frassalien. Achso. Frassalien, Frassalien, jede Menge Frassalien. Ach. Oh. Oh. Du fress mich nicht. Oh, ja, klar. Teil dich nur und fress mich öfter. Oh, na, schön, was zu fressen gehabt. Hier ist Peter Griffin. Oh, das ist auch riesig. Oh, okay. Sag mal, wer ist denn der Rote da unten? Da ist immer ein ganz groß. Texas ist auf Platz 6. Ich bin gerade gemütlich vor mich hin. Texas kann ja das Spiel auch nicht. Ja, das merkt man. Also ich bin irgendwie nicht bei euch. Nee. Nee? Nee, wir sind keine fünf Leute. Wir sind nur vier Leute. Was bringt dich das? Was, kannst du dich einladen? Was, kann ich? Kannst du dich einladen? Ich bin selber und spiel. Weil der mich einladet, fliege ich hier raus. Oh, ja, ich würde auch. Danke schön. Dann mal weg. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird noch enger. Das wird noch enger. Engst du Scheiße. Xerxes, das wird nass da hinten. Ei, 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 ei. Das wird so eng. Das wird so eng. Das wird so eng. Das wird so eng. Nein, hau ab, Xerxes. Geh. Nö, wen anders da, aber nicht mich. Geh. Das wird so eng. Äh, was bringt diese Flasche überhaupt? Da kannst du irgendwie Gas geben oder sowas. Nein. Nein. Ah, nein, da kann ich einhaugen. Oh, 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 hau ab, hau ab. Am, 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 Fußball, komm her. Fußball, Fußball, komm her. Ja, die haben die Bälle überhaupt nicht. Das ist echt, aber schlimm, aufwendig oder so. Oh, ich bin Platz 9. Oh, oh, scheiße, meine schönen kleinen Pipis. Heule, heule, heule ist ein Chantal. Oh, 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 oh. Alter, oh. Oh, Alter, sind hier nur große. Alter, die wollen, oh, nein, nein. Renne, Renne, bitte. ich hab's auch gehabt. Ich sitz voll in der Ecke. Blackhead, wie heißt du denn? Dann muss ich dich erst mal dazu... Blackhead. Ja, ne, klar. Oh, Fressalien. Hier rennen gerade Fressalien runter. Blöde Eier. Wie kann ich denn hier überhaupt Freunde annehmen? Äh, und, also rechts? Scheit, das geht nicht ab. Jawohl. Also, bei mir hängt alles. Was hast du denn noch alles an? Hast du noch... Nix? Nee? Och, Mann. Ey, wo spawnt denn ihr immer, ey? Das war zu blöd, ey, ne? Jetzt bin ich geplatzt! Oh, so... ...indem man gegen die Stacheln kommt. Die sind aber riesengroße Dinger. Wo sind die alle so riesig? Oh, hier sind noch riesig. Oh Gott. Oh Gott. Komm mal her, Mann. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh Gott. Ich will hier auf den Grauflust, dann komm mal her. Wurz dich fressen. Oh Gott, das bringt jemand da. Oh Gott, das bringt jemand da. Oh Gott, das bringt jemand da. Oh Gott, das ist doch... Oh Gott, das ist doch... Oh, das ist schade. Alter Schwede. Schade. Nein. Scheiße. Hast du noch den Stream an, Blackhead? Oh, Basti, guck mal. Hallo. Mach den doch einfach mal aus, denn... Ach, ach, das ist ein Lack, kann man doch gar nicht haben. Ach, leck mich doch. Ach. Ja, wo, wann? Jetzt bin ich aber beleidigt, dass du einen Basti als Favorit hast und mich nicht. Ja, das war ein Ausversehen. Ja, danke schön. Ja, klar. Ja, komm mit mir, komm mit mir. Fress dich. Nee, doch nicht. Oh, hier gibt's Naschen. Die sind alle viel zu schlecht. Ja, ich stimm mir gerade in der Ecke rum. Na, Pulsar, warum hast du dich nicht geteilt, um die zu fressen? Weil ich selber gefressen werde. Und du auch. Deswegen. Okay. Okay? Ah, Palka, hallo. Mach doch mal den... Mach doch... Ich will da, Poundo. Mach doch mal den Stream komplett aus. Also... Und dann müsste das doch vielleicht funktionieren, oder? Meinst du daran? Die Bahn schon wieder gefressen worden. Du, ich weiß das nicht. Ha, 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 ich hab schon gefressen. Oh, nein, da ist Palka, das schon wieder. Ja, ja, ich werde auch raus. Und der ist riesig, wa? Boah, hier ist noch riesig, über Keeper. Alter, ist der riesig. Die riesig. Ah, ich... Nicht hin. Nicht gerade. Ansonsten nutzt du ja auch Google Chrome, ne? Ja, ja. Eine richtig schöne, gemütliche Runde ist das da hier bei mir. Ja, kannst du da hinten in der Ecke schon... ...abschüllen, wa? Ja. Ach, guck mal, was wir da haben. Ach, Palka, hallo. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hau ab. Nein, zieh die Leine. Zieh die Leine. Warte mal, warte mal. Du, ich bin drin. Super. Super. Juhu. Ach, leck dich doch am Arsch. Das war doch scheiße, Mann. Nee, das war voll cool. Aber ich komme hier nicht mehr weg, wa? Ey, lass mich aus. Palka, doch. Nein, ich lasse nicht deinem... Pulta, aber jetzt auch aus. Aua. Ach, ihr seid doch Cheater. Ach, komm, komm. Ich bin ja nicht dafür, dass da einer war. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass wir da nochmal rauskommen aus der Ecke. Ich hab dich fast gekriegt, Mann. Ja. War doch scheiße, Mann. Knapp, dann nehme ich es ab. Ja, wer ist da. Wer ist da. Fress dich. Nee, doch nicht. Haust du ab? Okay, ich verziehe mich. Ich verdub das. Mach dich gut. Seid ihr noch da? Ja, wir sind alle noch da. Uh, jetzt ist er schon ab. Oh, wie viel? Aua. Ja, komm, jetzt setz uns. Was ist denn so weit? Ich hab den Zerxus gefressen. Ja. Ja. Dann kann er mir jetzt endlich mal eine Freundesanfrage schicken. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Warte, dann mach ich das nochmal. Guck, die hab ich überlebt. Ja, hast du. Nee, nicht Zerxus, nicht Basti, Black Cat. So, bitteschön. Ach, du scheiße Aua, shit. Dann muss ich den, ich hink schon wieder. Sie kommen aber auch nicht anders einstellen, oder? Hallo Pulsie, Pulsie. Ja, hab ich's gesehen. Ach, das war ne Scheiße. Da kannst du mir doch mal helfen, ey. Nee. Ich bin gefressen worden. Ich nicht. Willkommen im Club. Ja, ja, na klar. Schieb mich in die Ecke, du Arsch. Ja, da ist ein Geschirr. Ihr wisst aber schon, wie das Spiel funktioniert, oder? Ach, nee. Fuck, ey. Nein! Entschuldigung, ich muss das jetzt auch. Er hat mich mitten in die Ecke gedrängt. Wisst ihr, ihr schreit so, als wäre das hier voll mit Action geladenem Spiel, ja? Ja, nein. Ey, geil, ne? Voll der Shooter, oder so. Kann ich bei euch mitspielen, oder? Was? Kann ich bei euch irgendwie mitspielen, oder? Ja. Na, eigentlich schon. Das ist ein Askel. Na, ich schick dir doch ne Einladung. Gerade. Ja, ich schick dir auch. Hier, nimm Basti. Ja, natürlich. Man nennt es aber auch Können. Ja, verstehe ich aber nicht, warum das Spiel nicht bei dir geht, Blackheart. Es geht ja, der Gserkstus hat mich grad gefressen. Achso. Was? Ja. Was meinst du, Sissi? Warum machst du sowas? Nie im Leben, nie im Leben. Meine Güte, Pulisar, was machst du auch für Scheiß? Ey, der ist bis zu hoch. Mano. Was denn? Blöde Lobby, ey. Die sind alle viel zu groß. Oh. Oh. Oh, hi, Sersis. Hi, Sersis. Naja, lasst mal alle. Naja, die sind alle in der Mitte. Ich bin ganz oben. Ja, hier, komm, lass uns. Ich kann fast das weg. Ja, 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 aber. Schöne, die sind alle in der Mitte. Ich war... Warum schacken wir doch noch? Nein. Wer hat sich doch nur teilen brauchen. Ach, komm. Nein. Ach, du scheiße. Das ist ein dick. Big Party bei dir. Ich bin echt mit Party. Ach, Basti. Ich bin echt mit Party. Danke schön. Danke schön. Komm du noch mal an. Nein! Du hast mich auch schon nervig. Du wirst dich nie machen, Basti. Nein. 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 Doch, ja, hilf. Ich fress jetzt jemanden. Ich bin gefressen worden. Ich bin schon wieder am anderen Bildschirm, ey. Ach, Palka, das ist still. Nein. Hau ab, nein. Ihr könnt auch in die Einladung nicht schicken. Sobald ihr mir die schickt, dann ist die an, den fliege ich raus. Okay. Wir probieren einfach mal so selber dazu zu kommen. Ja, das probiert er dich an, wenn du nicht Einladungen kriegst, die fliege raus. Okay. Wie könnt ihr denn hier andauernd Einladung schicken? Ja, ich schäme mich zutiefst. Hau ab. Palka, wir wollen noch kuscheln, denke ich. Ich mag keiner. Palka, das kommt noch her. Ja, ich bin schon weg, also halb. Ja, ja, ich hab dich nicht gerecht. Das war mir wichtig, dass ich dich gerecht habe. Etwas zu spät. Mal wieder so schön groß und dann, pass auf, jetzt kommt gleich ein Riesen-Riesen-Ting komplett. Wir spielen hier ein super Spiel. Ja. Ja, ja. Hi, Ziki. Ach, nein. 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 Oh Mann. Oh Mann. Das kann doch nicht. Da ist jemand gefressen. Ach, hört doch auf. Höh.